Stand 11. März 2019 Lesedauer, 9 Minuten von Matthias Kahrmann Annelie Naumann-Aft-Chef Jörg Meuthen äußert sich zu Unterstützungsmaßnahmen aus der Schweiz-Quelle Marlene Gavrisch, Weltaft-Bundessprecher Jörg Meuthen hat 2016 als baden-württembergischer Landtagskandidat Wahlkampfhilfen erhalten. Gegenüber Welt bezifferte der Parteivorsitzende die Hilfen, die aus der Schweiz kamen, auf einen Wert von 89.800 Euro. Es hat während meiner Kandidatur Unterstützungsleistungen seitens der Schweizer Werbeagentur Goal AG gegeben. Weltaft-Herr Meuthen, Sie haben uns um dieses Gespräch gebeten, nachdem Welt sie in der vergangenen Woche damit konfrontiert hatte, dass während ihres baden-württembergischen Landtagswahlkampfes 2016 möglicherweise ein sechsstelliger Betrag zu ihren Gunsten geflossen ist. Urheberrecht Axel Springersee Alle Rechte vorbehalten